Servus Leute, bald hier geht's. Wir gehen jetzt in Dungeon Nummer 3. Wir haben richtig geil abgesahnt, letzten Part. Jetzt holen wir uns dieses Level. Wo wir beim ersten Mal schon daran geschaltet sind. Und schauen mal, was wir hier holen und machen können. Hier jetzt ist nichts mäßiger. Jetzt geht's rund mit neuem Schwert und neuem Equipment. Boah, ist das geil. Okay. Ich dachte mir, oh ist das geil, oh ist das geil. Weil jetzt würde ich mir gerade eben eine runterholen beim Zocken, oder? Hört sich nur so an, ist das nicht so. Hat euch gar nicht Gedanken. Wäre ein bisschen komisch, oder? So. Okay. Ey, mit dem neuen Schwert können wir hier richtig Vollgas geben. Geil. Boah, jetzt geht's euch an den Kragen, ihr Säcke. Ihr habt uns das jetzt genug aufgeregt. Ich glaube, wir haben jetzt schon alles geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir, ähm, auch das Item kriegen. Ich glaube, in dem Raum mit den vielen Rittern. Ich weiß es gerade nicht, aber... Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir hier so alles gemacht haben. Das habe ich irgendwie voll verbeutelt. Okay. Äh, eins, zwei, drei. Ja, jetzt. Hm. Hm. Das Schwert ist Gold wert, ehrlich. Genial. Wir rackern uns ein paar Parts voll, noch einer ab. Geil. Ha, ha, ha. Oh, das wird immer besser. Boah, du... Ja, jetzt. Genau, jetzt haben wir eine neue Schwert. Jetzt können wir mal richtig agromäßig werden, oder was? Okay, durch die Masse an den Gegner spackt das Spiel rum. Und tropst den. Jawohl, ein Herz. Boah. Wenn die nicht dauerhaft so spontan die Richtung ändern würden, wäre es ja in Ordnung. Okay, nur für eine Bombe, oder was? Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt gehofft, dass ich ein Schwert oder sowas... Ach, ein Schwert. Dass ich, äh... Irgendwas kriege, wenigstens. Das ist mal wieder typisch Spiel, ey. Okay. Auf, Ratter. Okay, was haben wir da? Ein Floß oder eine Treppe oder sowas? Naja. Das sieht aber so komisch aus, wenn der sich freut. Das ist schon ein Hammer hat. Okay. Äh, jetzt haben wir das jetzt schon mal geschafft. Und das Item haben wir jetzt auch. Wir haben leider nur ein halbes Herz. Aber was soll's. Hm. Und Schüssen. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Herzer. Ja, jetzt haben wir wieder Geld. Okay, das war's leider schon. Ich will hier aufbomben. Ich will was aufbomben, Mensch. Was ist los jetzt? Gut, das weiß ich nicht. Hm. Ah, genau. Da war ja was. Stimmt. Ah, stimmt. Da kriegen wir leider nur die Bomben. Naja. Egal. So. Und Herz 1, Herz 2. Das Ding hier. Und... Welche Tür nehmen wir? Ob du gewinnen willst oder nicht, sagt dir gleich das Licht. So. Ah, da kriegen wir... Okay, da kriegen wir die Karte. Ah, stimmt. Ah. Okay, ich will jetzt nichts sagen, aber das sieht jetzt schon ein bisschen komisch aus, ne? Aber passt schon. Die Karte, ähm... Ja. Nintendo ist gut gemacht. Äh, okay. Ah, stimmt. Na. Okay, gut. Wir sind abgekratzt. Dieser Boss wird ein bisschen schwieriger wie die anderen. Denke ich mal, habe ich so das Gefühl. Hm. Ich glaube, das ist eigentlich klar, oder? Okay. Hm. Dann gehen wir mal da hin. Wir müssen da irgendwas machen. Die Bomben würde ich gerne beibehalten. Vorher würde ich noch ein paar schlachten. Oh, das Spiel ist schon richtig geil, wenn ich so drüber nachdenke gerade, ey. Das macht mir schon richtig Spaß. Das ist halt ein Sackgeschwähl zwischendrin. Das ist es halt. Ich will Geld. Give me your money, bitch. Okay. Ah, die, dass wir mal links liegen, die will ich gar nicht mehr sehen. Solche Gegner, die haben bei mir sowieso ein Stein im Brett im negativen Sinne. So, aber wollen wir da eigentlich drin überhaupt? Weil die immer die Richtung wechseln. Okay, da müssen wir jetzt nochmal rein. Ich habe das Gefühl, als wäre mir da gar nicht drin gewesen. Wow. Die Fledermaus sind gejagt. Ah, auch gut. Ne, da waren wir, glaube ich, gar nicht drin. Aber ich glaube, das ist ja auch unwichtig. Ich will dem richtig eine Donne in dem Vieh jetzt. Ah, okay. Also mit der Bombe müssen wir richtig treffen. Sonst haben wir keine Chance. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das Vieh heißt. Das ist mir eigentlich gerade egal. Ich will es einfach nur töten. Es wird schon mehr blöd, dass wir immer nur mit drei Herzen jetzt da rein starten. Werden die Gegner natürlich hier wieder voll in der Überzahl sind. Oh. Ich sage schon, dass mir gerade eben aufgefallen ist. Mit dem Schwert, wenn wir hier die Gegner töten. Zumindest diese hier. Die tun sich ja gar nicht mehr aufteilen in die Steine da oder was das sein sollen. Das ist mir eben nur spontan mal aufgefallen. Oh, Herz. Alter, wir haben so viel Geld, ey. Ich glaube, wenn wir Zelda gerettet haben, können die aufkaufen. Ach, da oben ist ja auch noch eine Tür. Gut, da gehen wir mal rein. Da waren wir auch nicht gewesen. Egal, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Oh. Okay. Ah. Ja, das hat man nie vergessen. Did you get the sword from the old man on top of... Ja, das haben wir. Und jetzt stirb. So, jetzt sind wir da. Okay, einen Schlüssel, den wir nicht mehr brauchen. Aber ich will ihn haben. So, wenn wir dich jetzt töten, kriegen wir was. Nein, da geht nur die Tür auf. Okay, gut. So, damit haben wir jetzt hier alles geholt, was wir holen konnten, glaube ich. Ja, ich habe es kapiert. Ich habe es kapiert, Bruder. Ja, habe ich. Und jetzt lasse ich in Ruhe. Ich will jetzt sogar das mit dem einfachen anderen anderen randonnen können. Das ist... Okay. Äh, gut. Jetzt haben wir wieder zwei Schlüssel. Ich weiß nicht, wo wir was damit anfangen sollen. Alles. Wir können jetzt auch noch welche kaufen. Aber da habe ich auch keine Lust drauf. Kostet nur zu unnötig Geld. So. Jetzt aber. Komm her. Wir müssen dieses Vieh klatschen. Und das Vieh klatscht wieder uns. Leute, das gibt einen langen Part. Habe ich das Gefühl. Und wir haben leider auch keine Bomben mehr, um das ganze Ding hier aufzufangen. Das heißt, wenn wir einmal richtig treffen, würden wir das viel dauern. Aber ohne Bomben wird das wahrscheinlich etwas schwierig. Hm. Okay. Oh, nur einer diesmal. Ausgerechnet der eine. Wer kriegt uns? Das ist mir mal wieder typisch. Okay, rechts. Der würde ich gerne mitnehmen. Geld ist Geld. Kann man immer gebrauchen. Okay, jetzt müssen wir es auf die alte, bekannte Tour machen. Also, ausweichen, draufhauen. Ausweichen, draufhauen. Ah, bringt nichts. Gut, also ohne Bomben sind wir hier aufgeschmissen, so wie es aussieht. Hm. Scheint auch mehr so Zufall zu sein wie sonst was. Äh, ja. Wie ich solche Stellen lieber. Hängt wahrscheinlich nur an dem einen Boss wieder. Aber sollten wir jetzt die 255. Ich glaube, wir können maximal 255 haben. Das habe ich. Warum? Sag ich, egal. Aber jetzt messen wir es auch gut. Ich weiß es doch nicht. Ich suche mich eigentlich gar nicht. Okay. Ähm. Und wieder rein in die gute Stube. Die schauen wir auch mal weg. Vielleicht hast du ja die Bombe. Nein. Äh. Wir haben keine Pfeile. Wir haben keine Bomben. Das ist blöd. Warum gehe ich immer unvorbereitet, in solche Dungeons um zu gruppieren? Das ist der Hammer, ey. Okay. Gut, Leute. Das prägt nichts. Den müssen wir in die Luft jagen. Keine andere Chance. Hm. Das ist natürlich jetzt so toll. Das zieht natürlich wieder alles unnötig in die Länge. Hm. Das war so eigentlich gar nicht geplant. Jetzt haben wir schon eine bessere Ausrüstung. Kriegen trotzdem auf die Fresse. Äh. Mal wieder. Aber man ist es ja gewohnt, ne? Ich hoffe, dass wir wenigstens Bomben noch kriegen irgendwie. Und wenn es nur zwei oder drei sind. Oder wenigstens den Ego-Shooter. Ach, der Ego-Shooter. Der, 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 das Schwert, äh. Den Schwert, ähm, Strahl. Der wäre auch optimal. Der, der, der schon lange. Hm. Oh, ich hab auf euch keinen Bock. Lasst mich in Ruhe. Obwohl, ich weiß, ob wir eine Bomben herkriegen. Ich hab so irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Boah, und als wir der Kohle schäffeln. Give mir hier money. Ja, weil die Kohle haben wir. Sag mir bitte, dass ihr uns wenigstens die Bomben gebt. Äh. Naja. Wäre ja schön gewesen. Okay, die können wir nicht angreifen. Dann lassen wir es auch lieber. Äh. Gut, dann versuchen wir noch einmal unser Glück. Und schauen wir mal, dass wir den Boss jetzt diesmal endlich mal einen reinhauen können. Ohne Bomben. Ohne sonst was. Ach, ich liebe es. Badadadada. Okay. Bringt nichts. Er schießt aus all den Räumen in den Sack. Okay, gut. Dann haben wir keine andere Wahl. Dann müssen wir Bomben holen. Okay. Wir wissen jetzt, wo der Dungeon ist. Den kriegen wir auch immer wieder. Erst müssen wir uns ein bisschen weiter aufrüsten. und leider mal wieder. Aber ich weiß auch, wo. Es gibt hier... Ich muss, da kann man nachdenken, wo das war. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt war. Ähm. Eine Stelle, wo wir... Wo wir... Wo wir einen... Ja. Wissens richtig. Okay. Gut. Bei dem wollten wir uns sowieso holen. Denk ich mal. Ach so. Stimmt, dabei was? Wartest du da? Ja. Ja. Wie ihr sehen könnt. Den Ring hätte ich gern. Kostet uns natürlich entsprechend auch Geld. Aber was toll ist, kann auch gut sein. Und jetzt ist unser grüner Honk ein weißer Honk. Ja. Ich hab nichts gesagt. Weil ich denke mir, glaube ich... Wie war das? Weniger Schaden ein... Klasse, ich brauch 20 für die Bomben. Link, du sollst da nicht runter. Du sollst hierher zu mir. In diese Richtung. Kapiert? So, jetzt haben wir zumindest das gekauft, was wir kaufen wollten. Also ich zumindest. Jetzt werden wir hier nicht so leicht die Racheanisch auseinandergenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Ring jetzt noch einen anderen besonderen Effekt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, was er für einen besonderen Effekt hat. Ich hab eigentlich nur holen wollen. Okay. Komisch, wenn's Secret to everybody. Alle. Aber lasst uns hier ja gnadenlos verhungern. Aha. Wir haben keine Bomben. Sonst hätt ich mal geguckt, ob da was ist vielleicht. Bomben, 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 Bomben. Oh, okay. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Oh, Bomben. Ja. Ich will eine Bombe von dir. Büsche, Büsche. Kann man anzünden. Büsche sollte man anzünden. Äh, nee, sollte man nicht anzünden. Also nimmt mich nicht gerade für voll in der Hinsicht. Ich will nicht, dass hier irgendwo wegen mir jetzt irgendwas abgebrennt wird. Schön. Spacken-Strumspiel. Okay, hier ist eigentlich das Sackgasse, so wie es aussieht. Gimmi, 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 ma Bombs. Sorry, ich sehen kannst nicht. Habe ich auch nicht gekonnt. Komm, mach den Weg wenigstens frei, wenn es geht. Hm. Wahrscheinlich eine wieder von den Büschen, Bruder. 100 Pro war wahrscheinlich der letzte wieder, wo wir anfangen werden. Oh ja. Oh, da war ja wirklich Spaß. Ich will eigentlich schon einen Durchgang schaffen. Oh, wie geil. Ist es sequit to everybody? Und? Boah, wieder 100. Alter. Alter, ich liebe euch. Ihr seid zwar meine Feinde, aber ich liebe euch. Ihr gebt mir Geld. Ah, bezahlt mich. Das macht den Link sowas von an wahrscheinlich. Okay, jetzt können wir wenigstens Bomben kaufen. Obwohl, wir haben viel. Na, egal. Jetzt brauchen wir auch die Bomben auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal da ran. Äh, sorry. Ja. Irgendwie, ich glaube... Ja, so war das gewesen, genau. So, neu ausgerüstet, neues Equipment, neue Bomben wieder. Mann, ey, wir kommen wirklich langsam gut voran im Spiel. Wir sind immer noch Level 3. Da könnte man doch verrückt werden, oder? Sorry, jetzt aber. Jetzt gibt es How-O-Front. Boah, geil, wir haben unseren Schuss. Den will ich natürlich jetzt behalten. Den hauen wir jetzt sowas von weg, das ist... Ach, komm. Geld ist Geld. Boah, das macht mir richtig Spaß mit dem da ran zu bolzen, ey. Mit dem Schwertstreich. Kind, ja. Ja. Wisst ihr, was das Schlimme jetzt dabei ist? Jetzt kriegen wir Herzen und lauter Rubien, ne? Ey, jetzt brauchen wir sie gar nicht mehr. Aber Money, Money ist Money. Deswegen. Kann man nicht mehr wie genug haben. Okay. Jetzt bolzen wir so rein. Warte ab, jetzt brauchen wir am Ende die Bomben gar nicht. Okay. Okay. Wartung, Wartung. Stirb jetzt. Oh, scheiße. Oh, du schreckst viel. Mann, oh Mann. Alter Schwede. Ist das Ding ausgeflippt eben. Aber egal, das nächste Triforce-Fragment gehört uns. Perfekt. Ja, und jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, oder? Naja, was soll's. So, schauen wir mal. Ähm, wo können wir denn jetzt lang? Ein paar Minuten haben wir noch. Sollten wir aussetzen, zum Auskunft schopfen. Wären schon blöd oder nicht. Was ist jetzt eigentlich dieses Boot? Können wir hier gar nicht gebrauchen, ne? Nö, anscheinend nicht. Okay. Schade eigentlich. Naja, gut, was soll's. Ach, jawohl. Da die Plattform, das wäre... Ah, okay. Boah, jetzt kriegen wir ja richtig das Emisane ab, wie verrückt. War das das? Ja, genau. Ey, das ist ja wahr, cool. Und? Oh. Oh, cool, wir haben eine Vierfrau gefunden. Das ist natürlich jetzt entgeil. Okay, das werden wir uns dann im nächsten Part zur Brust nehmen. Ich will hier erstmal noch ein paar Sachen auskunftschaften. Jetzt wissen wir wenigstens, wo das nächste Level schon mal ist. Äh, links Spacki, nicht rum. Hahaha, klasse. Ähm, ey, verarschen wir jetzt nicht, dass ich will hier weitermachen. Gut. Okay, also Dungeon 4 ist da, Dungeon 8 haben wir auch schon. Das passt. Okay. Was können wir noch machen? Oh, jetzt reicht es. Diese Soras, die gehen mir auf die... Na ja, das sage ich doch schon jedes Mal. Okay. Gibt es denn noch irgendwelche Bootanlegestellen, wo wir hier ran können? Anscheinend nicht, hä? Ich muss noch kurz mal nachdenken. Na, das sage ich eigentlich jedes Mal, dass ich noch kurz nachdenken muss. Im Endfeld bringt es ja sowieso nichts. Bei dem Halbherrn. Aber... Es ist hilfreich. Aber zumal. Jetzt hat man mal den Kopf einschalten. Das ist mir vielleicht ganz gut. Gibt es denn nicht irgendwelche... Gibt es faktisch keine Bootsanlegestellen mehr? Hm. Ich bin immer noch der Meinung, dass da was ist. Okay. Vergess es. Es sah nur so verlockend aus. Hm. Jo. Ei. Also jetzt haben wir hier richtig Power-Equipment hier. Also theoretisch dürfte uns jetzt gar nichts mehr passieren. Ach, ich glaube... Ja doch, Tatsache. Ich glaube sogar, dass der Ring uns... Ja. Wir nehmen weniger Schaden, so wie es aussieht. Boah. Gehen wir nicht auf die Eier. Ich habe doch schon alles. Oder zumindest glaube ich, dass ich alles habe. Okay. Das ist Dungeon Nacht. Ich fühle mich doch gar nicht, dass wir Dungeon Nacht gefunden haben. Das ist... Das ist mir jetzt gar keine Ruhe. Aber naja. Mehr Zufall wie sonst was. Okay. Gut. Ach, was sollen wir jetzt machen? Ja. Ja, ich hätte nämlich gern ein paar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie irgendwo Bücher gekriegt haben. Aber ich brauche ein paar Pfeile. Ich habe es da gebraucht. Ich wollte es auch nicht mehr haben. Okay. Ja. Ja. Ah, da ist ja was. Okay. Wo kommen wir da hin? Wer sagt mir denn, das ist der nächste Dungeon? Oh, das ist ja nicht geil. Okay. Okay. Ein weiteres Herzteil. Gut. Perfekt. Hm, da würde ich mal sagen, dass wir uns hier mal abkratzen. Das ist eigentlich auch egal. Bisher, jetzt haben wir die ganze Zeit das Problem, dass wir hier nicht sterben können. Ich will hier nicht sterben noch abspeichern können. Ich weiß nicht, ob es hier eine gesonderte Option gibt. Okay. Alles klar. Wir haben es gepackt. Link ist tot. Ich war wieder. Okay. Gut Leute, ich will mal sagen, dann speichere ich hier mal ab und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Let's Play The Legend of Zelda und dann gehen wir mal in den vierten Dungeon. Mal gucken, was wir da so alles reißen können. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.